Wer ist denn der berühmteste in deiner Telefonliste? Der berühmteste ist er wahrscheinlich nicht, aber ich hätte jetzt mal an Christian Streich gedacht. Oh, den haben wir tatsächlich noch nie versucht anzuholen. Ja, also die Hoffnung ist auch nicht allzu hoch, weil sie wahrscheinlich, wie Freiburger immer, wahrscheinlich ein bisschen viel trainieren im Moment, aber ich kann es mal versuchen. Sehr gerne. Da bin ich doch jetzt mal gespannt. Ah, jetzt klappt es doch. Hallo. Passt gerade, oder? Ja, wir sind gerade hier live bei Sky. Hallo Herr Streich, freut mich sehr. Also ich habe gerade Matze Ginter im Rahmen der Sendung Meine Geschichte gefragt, wer ist denn der berühmteste in deiner Telefonliste? Und da er den ganzen Tag schon sehr von Ihnen geschwärmt hat als einer der besten Trainer und dass er Ihnen sehr viel zu verdanken hat, hat er gesagt, das kann eigentlich dann nur Christian Streich sein. Und jetzt telefonieren wir.